Willkommen von Jenny. Jenny ist das Germany Next Topmodel 2008. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo Claudia. Und wenn ihr euch denkt, Mann ist die groß, dann zeige ich euch jetzt mal was. In Wirklichkeit ist die nämlich so groß, weil ich stehe hier auf einem Podest. Möchtest du mal reinsetzen? Das möchte ich sehen. Jenny im Alto. Schadenfreude wieder, ja. Ja. So, ist denn... Wow, ich habe Platz. Ja? Wow, sagt sie. So, die große Frau im kleinen Auto. Ja, kann man denn die Rückbank umklappen? Die Rückbank können sie beide umklappen, sind 50-50 im Verhältnis. Das heißt, sie können jeweils die linke oder die rechte oder auch beide Seiten umklappen, dann haben sie genug Platz für den Einkauf. Also können wir einkaufen gehen? Wir können einkaufen gehen. Gehen wir shoppen jetzt? Die Shoppingtour ist auf jeden Fall drin. Wie lehnt es sich denn an? Gut. Es lehnt sich gut an. Für den Kisashi zuständig hier auf der Messe ist Murat. Hallo Murat. Hallo. Wie läuft es denn? Wie ist das Interesse am Kisashi? Also sehr gut. Also Resonanz ist sehr positiv. Und die Leute glauben mir fast gar nicht, dass die Ausstattung so ist, wie sie ist. Genau. Das muss man nicht dazu sagen. Den Kisashi gibt es zwar in zwei verschiedenen Motorisierungen, beziehungsweise als Com... Hier kommen gleich fünf rote Lichter. Die kommen nacheinander. Und wenn sie dann alle aus sind, dann drückst du diesen und diesen Knopf gleichzeitig. Nicht vorher, sonst ist es ein Fehlstart. Okay, pass auf die Lichter. Jetzt pass auf. Das ist ein Fehlstart.